Das hier soll mein Video sein, wo ich mal die Wolken vergrößert aufnehme. Ich zoome mal jetzt auf eine Wolke so heran. So. Da sieht man, es wird langsam unscharf. Und jetzt stellt er sich Fokus falsch, aber jetzt ist er wieder richtig... Jetzt sieht man noch richtig verwirrt. Jetzt wird es wieder unscharf, aber es dürfte jetzt gleich wieder sein. Gut sein. Jetzt ist es wieder besser. Da sind Verwirbelungen drin, die kann man dann erkennen. Ich hoffe mal, dass das Video euch gefallen hat. Liken, Teilen, Abonnieren. Das war's.